Insider aufgepasst! Wollen Sie ein exklusives Wochenende in Baden beim Beachvolleyball CEV Continental Cup von 1. bis 3. Mai verbringen? Dann beantworten Sie folgende Frage auf Insider ORF.at richtig. Wie hoch ist beim Beachvolleyball die Netzhöhe bei den Herren? Spielen Sie jetzt mit! Gewinnen Sie eines von drei VIP-Packages für Sie und Ihre Begleitung im Wert von 578 Euro. Zur Verfügung gestellt von der Niederösterreichischen Versicherung.